Musik Ich heiße Veronika Steuerer. Wir sind hier auf der Alpe Streichbrunnen, circa auf 1000 Meter Seehöhe. Und mein Mann? Ich bin der Vincenz. Wir bewirtschaften die Alpen, die ist in der vierten Generation. Und ich hoffe, dass wir erst noch lange weiterführen können. Ja, unser Viehbestand, das sind zwölf Milchkühe. Wir haben sieben Kalbinnen, zwei Rinder und sieben Kälber und auch sieben Ziegen. Die werden alle jeden Morgen rausgetrieben, damit sie die frische Luft und das Almsein auch genießen können. Sie werden nicht in den Stall gesperrt. Bei jedem Wetter sind die draußen. Wir sind fast gezwungen worden, in der Wiesenmeisterschaft mitzumachen. Wir haben letztes Jahr das erste Mal mitgemacht. Einfach weil die Leute immer sagen, wie schön wir es hier oben haben und was für eine Artenvielfalt. Und das war für uns auch eine besondere Bereicherung, wo man uns dann nachher bewertet hat, wie viele tolle Blumen und Gräser wir hier oben haben. Wir sind bemüht, um die Schönheit der Pflanzen auch zu erhalten. Darum wird bei uns das Vieh einfach ausgetrieben. Und das, was das Vieh nicht frisst, das wird dann einmal im Sommer von Hand mit der Sense gemäht. Und dann wird dann schon darauf geachtet, was gemäht wird, weil wir ja wollen, dass die schönen Blumen auch erhalten bleiben. Das ist auch schön.